Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Depressionen und Angststörungen sind weit verbreitete psychische Erkrankungen, die das Leben vieler Menschen beeinflussen. Doch wussten Sie, dass unser Darm und unser Gehirn enger miteinander verbunden sind, als wir bisher dachten? Die Darmhirnachse ist ein Netzwerk von Kommunikationswegen zwischen unserem Darm und unserem Gehirn. Es besteht aus Nerven, Hormonen und Immunzellen, die Informationen zwischen beiden Organen austauschen. Diese Verbindung spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation unserer Stimmung, Emotionen und sogar unserer kognitiven Funktionen. Ein entscheidender Akteur in der Darmhirnachse ist das Mikrobiom, die Gemeinschaft von Mikroorganismen, die in unserem Darm lebt. Unser Darm beherbergt Billionen von Bakterien, Viren und Pilzen, die zusammen das Mikrobiom bilden. Diese Mikroorganismen haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit, einschließlich unserer geistigen Verfassung. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass das Mikrobiom eine wichtige Rolle B der Regulation der Stimmung und des Verhaltens spielt. Eine gestörte Darmflora, auch als Dysbiose bezeichnet, kann zu Entzündungen im Körper führen und die Produktion von Neurotransmittern beeinflussen, die für unsere Stimmung verantwortlich sind. Das Mikrobiom kann auch den Stresshormonspiegel beeinflussen, der bei Depressionen und Angststörungen eine Rolle spielt. Eine ungesunde Darmflora kann zu einem erhöhten Stressniveau führen und die Symptome dieser Erkrankungen verstärken. Umgekehrt können positive Veränderungen in der Darmflora durch eine gezielte Ernährung oder die Einnahme von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln dazu beitragen, die Symptome von Depressionen und Angststörungen zu lindern. Wenn Sie unter Depressionen oder Angststörungen leiden, gibt es einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre Darmgesundheit zu verbessern. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Ballaststoffen und fermentierten Lebensmitteln kann dazu beitragen, ein gesundes Mikrobiom aufzubauen. Probiotika, die lebende Mikroorganismen enthalten, können ebenfalls hilfreich sein. Es ist jedoch wichtig, mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu sprechen, um individuell für Sie die richtige Vorgehensweise zu finden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbindung zwischen Depressionen, Angststörungen und der Darmhirnachse ein faszinierendes Forschungsgebiet ist. Das Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulation unserer Stimmung und kann einen erheblichen Einfluss auf Depressionen und Angststörungen haben. Indem wir unsere Darmgesundheit verbessern, können wir möglicherweise auch unsere geistige Gesundheit positiv beeinflussen. Dieses Video soll lediglich informativen Zwecken dienen und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung. Wenn Sie unter Depressionen oder Angststörungen leiden, suchen Sie bitte einen Arzt oder Naturheilpraktiker auf, um eine angemessene Behandlung zu erhalten. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, ein besseres Verständnis für Depressionen zu bekommen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund! Gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Durch